So, da sind wir wieder. Weiter geht's, LEGO Dimensions. Wir sind immer noch im ersten Level, haben den ersten Checkpoint gerade passiert und rügeln uns jetzt hier weiter durch. Wir kommen jetzt gleich an ein, zwei Stellen, wo wir erstmal vorläufig nach aktuellem Spielstand nicht weiterkommen. Aber schauen wir einfach mal. Ja, musst du. Wir zwei sollten zusammenarbeiten. Machen wir uns jetzt einfach fliegen, mal rüber. So, lila, lila. Na, Gold ist auch okay. Also zur Info nochmal, wir haben zwar schon. Regelloser können wir hier oben an den Stads sehen, aber man ist trotzdem noch weiter. Was läuft eigentlich, was du da tust? Oh, du! Oh. 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 Ah! 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 Welch Torheim ist das? Hat jemand gerufen? Ah! 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 Und da haben wir sie. Gut. Hatte ich jetzt nicht auf dem Kasten, hätte ich die Falle gar nicht benutzen müssen. Okay, gehen wir erstmal nach rechts. Ups. Ja, super. Ah! Ich habe hier ein kleines Problem. Könnte mir jemand helfen? Mein Ballon wurde von diesem Baum angegriffen. Könnt ihr mir unterhelfen? Hilfe! Helft mir! Das muss ich mir im Labor genauer ansehen. Fünf von zehn. Ich, ich habe hier ein kleines Problem. Könnte mir jemand helfen? Nicht nur du hast ein Problem. Wir kommen hier nicht mehr weiter. Hier seht ihr bei Abby. Die weißen Strahlen, die weißen Umrisse. Wir haben die Fähigkeit aufgrund des Spielstands noch nicht. Nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, den Kumpel aus seinem Ballon rauszuholen. Wo haben wir denn? So, wenn ich Cyborg aktiviere, wird bestimmt gebaut. Genau, da haben wir den Cyberwächter. So. 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 Die Schlaufe wurde von diesem Mauch angegriffen. Könnt ihr mir unterhelfen? Dankeschön, lieber Wanderer! So, für den aktuellen Moment können wir hier nicht mehr tun. Wie gesagt, wir haben die Fähigkeit noch nicht die Farben einzusetzen über das Toypad. Hier oben geht es auch nicht weiter. Widmen wir uns der Ecke hier. Die Fähigkeit noch nicht mehr. Die Fähigkeit noch nicht mehr. Huh! Ja! Nein, nicht mehr! Ach, das ist ja praktisch. Ich wusste gar nicht, dass das auch mit einem Ninjago geht. Schauen wir mal. Oh mein Mann, da ist er. Cyborg runter. Cole drauf. Oh, okay. Die Geister, die ich rief. Jetzt muss ich den Felsenbomber erstmal suchen, Dizer. Ah, okay. So machst du das. Nehmen wir den Felsenbomber runter. Und blau. Okay. So, Cole weg. Mit dem können wir schniffeln. Scooby-Doo, Shaggy, Jake, Masseline. Masseline. So, Mädel, wo bist du? Hey, was läuft? Ich bin Masseline, die Vampir-Königin. Ja, der Wahnsinnsverstärker. Okay. Okay. Was haben wir denn runter wieder? Äh nein, ich will den nicht anfeuern. Wie kriege ich denn den jetzt weg? Cool, noch ein Vampir. Willst du mit mir was rotes schlürfen? Warte, ist das eine Maske? 6 von 10 Minikids. 6 von 10 Minikids. Das mag zwar einfach aussehen, aber ich muss immer auf Fallen gefasst sein. Geschafft. Und jetzt weiter. 6 von 10 Minikids. 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 Ich schaue euch hier alle. Alles klar, nur ein Toter. Nur ein Toter. Mein ganzes Schloss für nur eine Person? Diese Hexe wird mir sympathisch. 1. 10 Minikids. 10 Minikids. 8, 16. 12-�יinen, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3. Was ist das? Das war's. Das war's. Das war's. So, jetzt fehlt mir aber noch eine von den Statuen. Wo hab ich dich versehen? Okay. Mehr abkürzen geht nicht. Shit. Okay. 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 Ja, dunkler. Das kann ich mir mal ansehen. Hier in dem Raum kommen wir wieder zu einer Stelle, die wir aktuell auch noch nicht lösen können. Ich meine, das war zumindest hier gewesen. Ja, hier ist die weiße Zeichnung. Nichtsdestotrotz nehmen wir hier die Steinchen mit. Ich freu mich hier mal ein bisschen auf, wenn ich was treffe. Aquaman Krusty. Oldemort. New Scamander. Wen haben wir denn hier? Nein, wir brauchen nur ein Schwimmbad. Dieme ist das für die Schmutzers, die wir jetzt hier. Die Schmutzers, die wir wieder sehen können. Aber die Schmutzers, die wir hier sehen, wunschst! Die Schmutzers, die wir hier sehen können, dass ich die Schmutzers, die wir jetzt hier haben. Dann geht es über Touche vor, wenn ich sie schon in der Unterteilung. Die Schmutzers, die wir also sehen. Und das ist nicht nur so, jetzt gehen wir mal an. Die Schmutzers, die wir uns anschauen, haben wir, dass sie das nicht nachher schmutzert sind. Sie sind die Schmutzers nicht für die Schmutzers. Oh! Vielleicht sehe ich, was ich treffe, wenn ich den Sturzfalter mal runternehme, aber so, Abby, zeig mal, was du kannst, da reinkommst du schon mal nicht, Lila, okay, hat sich gelohnt, Abby ist gut, genau, was nehmen wir ab, oh, sorry, Gandalf, 8 von 10, 2, haben wir noch, oh, 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 oh! Okay, gut Bringt nichts, kommen wir nicht weiter Nach aktuellem Stand gehen wir nochmal irgendwann rein Kommt noch ein Video dazu Okay, gut Okay, gut Ich muss ein paar Geisterfallen leeren Das ist ein Geier, hat das Ding gebaut Geschafft Das ist ein Geier, hat das Ding gebaut 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 Und ihr glaubt, ihr kommt damit auch noch davon? Ihr kommt nicht mal mit dem Leben davon Warum kannst du sowas nicht machen? Sie bewegt sich einfach nur schneller, als das Auge sehen kann Dann müssen wir sie wohl aufhalten Das ist ein Geier, hat das Ding gebaut 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 Zerflick! Meine Bosheit wird anderswo benötigt. Zerflick! Zerflick! So, dann sind wir soweit. Zumachen, dann bist du weg, du Hexe! Zerflick! Verflucht! Verflucht! Meine Kristallkugel, meine neuen Kräfte sind vor! Vor! Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir sie ablenken können. Zeit, etwas zu bauen! Was? Ah! Sieht doch mal, Esel! Fledermaus! Ich schmelze! Ich schmelze! Oh, wie schrecklich ist diese Welt! Denk daran, mein Zeitungsabo abzubestellen! Wie sie sich wohl jemals gebaschen hat? Vielleicht riechen mich die Affen hier so. Noch ein Tunnel! Batman! Bin dabei! Ich glaube, dieser Tunnel beginnt zu zerfallen. Sollen wir durch ihn verschwinden? Was glaubt ihr, wo der hinführt? Wohin er aufführt. Es muss besser sein, als dieser bunte Albtraum. Na los! Ja, Level durch. Schauen wir mal, wie sieht das aus. Ja. 400.000 geknackt. Sieht schon mal gut aus. 1 1 1 1 Jetzt müssen wir noch mal rein Traurige Wahrheit, drei goldene Steine Geschichte fortsetzen, machen wir mal, springen wir dann direkt wieder raus Ah, Helden? Ich bin vielleicht ein Schurke? Ignorier ihn Danke, nach links bitte Oh, diese hübschen roten Schuhe wirst du nicht mehr brauchen, meine Liebe Hast du irgendeine Ahnung, wo wir sind und was hier passiert? Kansas ist es nicht Sie haben meine Schuhe Meinen Ring haben sie auch Und das Kryptonit, das ich hatte Und meine Truhe voll gestohlener Beute Keine Sorge, Eisenbart, die kriegen wir wieder Und dann übergebe ich sie den rechtmäßigen Besitzern Ausgezeichnet, leg sie zu den anderen Elementen Bösewichte? Ausgezeichnet, nach rechts bitte Ich bin Saruman der Weiße und ich bin kein Bösewicht Pah, oh bitte Ja, Sauran Sauran Sauran, ich bin es, euer Treuer Oh Nach rechts also? Wenn es dir nichts ausmacht, dort wirst du allerhand interessante Waffen finden Und auch ausreichend Gelegenheit sie zu verwenden Ja, wir müssen irre sein, das Angebot auszuschlagen Das heißt, wir sind dabei Beine Hüte Beinahe hätte ich meinen Stab verloren Beto Nur war es mein Mittagessen Hey, gute Arbeit Ihr habt den Wechselstein zurückgebracht Wechselstein? Was ist das denn? Das hier wohl Von diesen Toren kriege ich nie genug So, Wechselstein haben wir geholt Erster Level ist abgeschlossen Gut, ja, das Draufraum können wir uns sparen Erster Level ist durch 8 von 10 Minikits hatten wir 300 goldene Steinchen 3 goldene Steinchen Vortritt ist also ganz am Anfang Ja, alle benutzten Figuren Seht ihr unten in der Beschreibung Selbstverständlich haben wir die alle auf Kayani gelistet Ihr könnt auch ohne weiteres eure Sammlung bei uns verwalten Auf Kayani.de Ansonsten bedanke ich mich fürs Reinschauen Lasst ein Abo da Tut nicht weh, kostet kein Geld Wir freuen uns über jeden, der sich unsere Videos antut Und, ja, bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal